Hallo, heute bin ich in Vlitschichora. Vlitsch ist der Wolf, ist also Wolfsberg. Nun will ich am Wolfsbach Vlitschipotok einmal nachschauen, ob es hier gibt Wölfe. Nun gehen wir. Bis jetzt habe ich noch nicht einen einzigen Wolf gefunden, aber schöne Eiszapfen. Hier, guck dir das einmal an. Eine wahre Pracht. Lecker. Überall Eis. Schönes Eis. Aber nirgendwo ein einziges Wolf. Außer ich. Nun, leckern wir noch etwas. Eis. Oh, scheint richtig gefährlich zu sein. Aber kein Wolf. Nirgendwo. Eine erste Spur. Aber kein Wolf. Das ist Eichhörnchen. Hm, das ist... Geschmacksrichtung Orange. Das ist eher... Geschmacksrichtung Karabell. Hier haben wir... Lecker, das ist Vanille. Ich glaube, das ist mein Lieblingsgeschmack. Mondsinn, was es hier noch gibt. Oh, das war Cola. Lecker. Hm. Und das ist Geschmack Schokolade. Hm. Lecker. Und das ist Eiszapfen Marge Beate Use. Gerüffelt. Hilfe. Ich bin eingefroren. Na, melde ich mich im Frühling wieder, wenn getaut hat. Tschüss. Wolfred. Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren.